Leute, damit ein herzliches Willkommen! Wano Kuni-Time ist endlich! Oh, let's go! Let's go! Oh, endlich ist er mit Wano Kuni angekommen! Oh, na geht's schon! Gegen Geido! Kumdigi! Rufi ist wirklich ein Wädechen-Nich! Wir wollten es ein Wädechen-Nich kippen! Bei uns das B 국se-Nich kippen! Jetzt kommt noch den Magistrat-Frohast und Kupfli-Kfilmen. Das reicht! Auf jeden Fall! Oh, was für geiler Zufall. Oh, was für geiler Zufall ist, was für geiler Zufall ist. Und wie viel hat er jetzt? 1,5 Milliarden. Bester Mann. 1,5. Ich glaube, das ist schon ein wahrer Sprung, was er davor gehabt hat. Oh, nice. Wir sind endlich angekommen. Let's go! Wahrscheinlich können wir eh kein Upgrade machen, aber fuck off! Egal! Scheiß drauf! Müssen wir mal kurz durchschauen, aber ich glaube wir haben fix keine Münze dafür. Also wir haben sicher noch keine Münze. Was? Aber werden wir schon irgendwann einmal bekommen. Dafür haben wir jede Menge Kohle. Jede Menge Kohle! Und so hat es ein neues Schwert bekommen. Ich bin gespannt, wie es jetzt einen größeren Unterschied gibt. Und jetzt kennenlernen wir uns. Tschüss. Ich weiße, hier. Ich bin gespannt, wie ich den Tastig und grayова kannst. Ja, ich bin gespannt, wie ich den Tastig und guesst. Ich bin gespannt, wie ich den Tastig und guesst. Drake! Schau dich! Schau dich! Hey, Sanji! Alle! Hör! Ich hätte mir gedacht, dass er gleich sein Wano Kuni-Outfit anhaben wird. Schade! Besser gesagt, beide sogar! Schau dich! Schau dich, das darfst du mir nicht aufhören, der weiß schon wieder nicht wo er ist. Diese Frau... Rufi! Du bist hier! Es ist doch Zoro! Es ist schon sehr久! Wir sind alle zusammen! Ja, wir sind weg. Aber wir sind alle frei. 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 Und wir sind alle frei. Wie soll ich den Ärger machen, hat schon die Schwerte in der Hand? Ah, ja. Dann schau mal kurz nach. Schauen wir uns alle. Let's go, Vollgas. Der kriegt einen in die Pappen. Jetzt, wir beginnen. Die 19%, die knacken wir, die 19%. Gib ihm Ruffy, gib ihm. Ich bin gespannt, wie die Umgebung so ausschaut. Und geht... Oh, ja voll, Snake Man. Immerhin, immerhin. Können wir sich schon was Gutes kaufen. Hab ich das nicht eigentlich schon gemacht, aber ist ja wurscht. Hä? Wieso hat er noch ein Fragezeichen? Sagt mir jetzt, Leute, dass ihr Gear 5 aussedroppet oder noch Gear 4? Na komm, Alter. Noch ein Tag, okay. Ich werde schwach. Na bist du narrisch. Na gut, Lern. Alter, da gibt es keine Uhse. Ähhhhh. Statt... Bounce my Snaek man. Machen wir es stattdä. Machen wir es stattdä. Ja, probieren wir es aus, hätte ich gesagt. Ja, probieren wir es aus. Probieren wir es wirklich aus. Boah, er schaut schon mal sehr gut aus hier, bis deppert. Schaut ihm wirklich schon sehr gut aus. Und der Anführer ist auch gleich am Start, na moin. Selbst die Anführer, geil, die schauen gut aus. Die schauen richtig gut aus, die Anführer. Ey, du kleiner Samurai-Habschitu. Gib ihm oder gib ihm? Machen wir gleich ein Snake, man. Oh, nice. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Top dich aus, Junge, top dich aus. What the fuck? Äh, die sind aber schnell reingegangen, hm? Die Steppert. Nicht schlecht. Das ist eine Wucht. Die sind eine Hatschi. Warte, 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 bevor wir gleich alles verlieren. Oh, okay, okay. Damit, damit kann ich leben. Ja, damit kann ich wirklich leben. Ich bin schon gespannt auf die andere Attacke. Ja, das geht. Das geht. Das geht. Das geht in Ordnung. Bam! Pickerei des Todes. Wahrscheinlich wird da noch vielleicht eine Attacke dazukommen. Das kann schon möglich sein. Bam! Aber irgendwie erwartet es sich schon ein bisschen mehr davon. Ein bisschen eine gescheitere Attacke hätten schon machen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht tragisch. Der Bounceman ist in dem Fall, muss ich sagen, geiler. Außer es kommt noch eine dritte Variante. Oder es kommt noch eine Attacke dazu. Dann wird es sicher ein bisschen mehr erheben. Ich glaube, es wird noch eine Attacke dazukommen. Das ist so mein Gefühl, dass da noch irgendeine Attacke dazukommen wird, nachdem wir die Story nicht gespielt haben. Das glaube ich. Weil die Attacke ist aber gut. Die Attacke ist wirklich sehr gut. Die taugt mir. Die ist wirklich die geilste Attacke da rein. So wie wenn er so im Gear 4 Modus ist. Die ist die geilste Attacke bis jetzt. Beeil dich dich! Beeil dich! Ja, machen wir noch den da. Tschüss! Dann geht eh schon die Luft aus. Hi! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Gib her! Gib her! Oh, wie süß! Machst du da fahren schnell, Alter! Du hast noch nie Gear 2 gesehen, Digi! Bam! Oh, warte, warte, warte! Da geht's dir noch was aus! Da geht's dir noch was aus! Nice! Aber geradeaus müssen wir sowieso schon mal hier! Da können wir ein bisschen was zum tun! Damit wir da ja auch nicht so langsam sind! Und, aah! Eine gute Keule! Geht immer klar! Bam! So kehrt sich's! So kehrt sich's! Und Gear 4 muss ran! Na moin! So! Wollen wir gleich die nächsten habschen! Und da haben wir ihn ja eh schon! Na bitteschön! Ui! Der kriegt ja mal in die Pappen! Bis da jemand! Und jetzt haben wir ihn! Jetzt! Jetzt! Der kriegt! Der kriegt jetzt! Der Wabler! Keine Chance! Keine Chance! Ich merke's ja jetzt schon! Der ist schon... Der ist schon quick! Uff! 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 Und gib ihm! So! Zack! Da war eine zusätzliche! Und dann machen wir das so! Wenn das hier auch schön drauf Meier geht! Der kleine Mixer da! Alter! Das wär geil wenn sie's genau so machen wie... Na? Wie im Manga, Alter! Wenn er dann gegen Kaido kämpft! Oh! Das wär' ein Hit! Das wär' ein Hit, Alter! Das wär' wirklich ein Hit! Wenn sie's genauso machen wie im Manga! Äh, wie im Manga! Im Anime gefällt's mir irgendwie nicht so ganz! Muss ich gestehen! Weil... Es ist einfach nicht so wie im Manga! Weiß! Und im Manga haben sie's richtig gut gemacht! Im Manga haben sie's wirklich gut gemacht! Und das hat mir auch urgut gefallen! Die Situation! Wie und was! Und da haben sie's ein bisschen übertrieben! Ein bisschen sehr übertrieben! Ah! Da ist sie schon wieder! Da! Na was will ich mit ihm jetzt? Oh da! Hat er zehn Leben oder was? Einmal! Zwei mal! Ne! Ich mein' muss sein! Ich mach' ja was ganzes schnelleres! Ja, da ist ja... Oh! Oh! Fuck! Ich hab' ja so geil, dass ich in den Leben tr oss! Ich mach' das! Oh, ich mach' das! Was ich natürlich stared? Jetzt ist es. Jetzt ist es. Baaah. Ah. Der andere ist auch am Start. Alter. Er ist sich schon wiederholt. Bin... Ja. Alter. Jetzt sollen wir da noch einmal mehr machen. Super. Wieso? Wirft noch? Wirft noch? Wirft noch? Baaah. Naaauuuu. 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 Wieso? Wieso? Das ist so ein Hit gewesen. Ich glaube wir werden die ganze Zeit gegen ihn kämpfen müssen. Und er ist wieder weg oder? Er ist wieder da. Okay. Finde ich schon sehr interessant wieso er nicht mehr hier geht. Alter. Es wird schon Zeit. Es wird schon Zeit. Er.. Nein. Es ist doch er. Was stellt hier doch, ob irgendjemand dazukommen. man kann doch nicht irgendwie sagen was besser ist irgendwie kann ich es doch nicht sagen aber snake man hat die bessere stärker definitiv stärker wo die attacke kann sie aber auch eine schade haben wir den nächsten anführer super wie soll man da jetzt den anführer machen wir den einfach mal fertig machen wir den meyer machen wir den meyer sagt okay jetzt haben wir eh wieder noch aufgehend eigentlich am start erwarte da machen wir bei den da sonst gehen wir alle da aus der kommen und dann machen wir den anführer und gesperrt ist warte rufzeichen 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 müssen wir gleich mal ausschauen was ist da los langsam start diggi na jetzt endlich na perfekt ist auch noch dazugekommen nach leihmann ja dann machen wir gleich snake man und wir gehen durch oder bis der ab oder er kann oder schaust es ist schon ein wahnsinn er geht da durch oder noch geiler wäre es wenn es wirklich mit einem schlag alle meyer machen könntest bist du treffert des wär was des wär was aber der hat nicht mehr so gesessen wie früher früher was heftiger früher ist es gut gesagt gegen eine attacke muss noch dazukommen das ist wie zur fahrt nur zwei attacken ist oasch das war jetzt was feines das war jetzt was richtig geiles so abends du kannst scheiße gehen und da was anderes wichtigeres zum tun der nächste anführer dann wieder mal die bärm aber wir sind nicht lange wochen und wieder nächste abschütte sie Machen wir gleich Gear 4 Sachen kann ich aktivieren Kann er was machen Ui Ui Ja dann machen wir das gleich mal Gear 4 let's go Gern mal bis zum großen Gegner Beste alter Beste Alter wie man da noch mit Ehren gekämpft haben und jetzt ist er gegen Ach du Scheiße Es waren noch Zeiten Es waren noch Zeiten Die großen kann man wenigstens Richtig schön fertig machen Sie bremsen dich zwar hin und wieder mal Bei der einen oder anderen Attacke Aber sonst können die Du kannst abgehen bei denen Okay wir können noch Attacken machen Wir können noch was machen Immerhin Ah genau jetzt Geschmoren Das wäre jetzt was gewesen What Der hat mich eingefroren Wie Wie macht Wie wär das Alter Seit wann können wir Leute einfrieren Mit den Karten wahrscheinlich Gell Na leck mich doch einmal Das ist so klar Oh mein Gott Na jetzt schlecht Wo ist die Zauber Hat sie sicher wieder verliert Oh shit Er kommt Da ist er Ach du Scheiße Geil Was Nicht dass er irgendwie überprüft Die Stahl Einfach drauf los So kennt man ihn Glaubst du wirklich Das tut ihm weh Aber ich weiß Dass das wirklich noch so passiert ist Das war sie Er schaut so geil aus Den Gesichtsausdruck Müsstet man von mir sehen Einfach nur so ein fetter Grinser Einfach nur so ein fetter Grinser Einfach nur so ein fetter Grinser Aber da gibt es auch noch Und da gibt es auch noch eine 10 Im Gefängnis Das wär's Das wär's Das wär's Das wär's Alter Alter Allein schon wie riesig Er allein schon ist Und er kann ihn einfach so mit der Hand transportieren Alter Der Er ist Das ist Das ist Fertig Es ist Lüffi Das ist Das ist Das ist Ich bin der Mann, der Mann ist ein besonderes Mann. Der Mann ist auch ein Kaiser. Ich sage nur, dass ich nur nur mit einem Kaiser gehen kann. Aber ... 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 Ich habe nur einen Zahnanblick aufgemacht. Ich habe nur noch nie gelebt, was ich bin. Ich habe bestimmt etwas mit dem Motto. Ich werde mich nicht so beschäftigt. Ich muss mich nicht so beschäftigen, aber wiederholen. Ich werde mich auch nicht mehr daran erinnern. Das ist doch so ein Problem. Ich bin jetzt noch am Mönche... Ich bin noch im Moment gekommen, und ich bin noch nicht mehr dabei. Na, ich bin gespannt, Alter, bist du narrisch. Ja, doppelt das, so muss das sein. Perfekt. Und, kriegen wir was? Ah, okay, das, ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hui, hui, ne Mille. Oh, hui, hui, ne Mille, oh, Mille, kriegen wir auch. Na, perfekt. Ja, gibt's noch ein paar Leute her, ist kein Problem. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Bin sowieso gespannt, wie viele Missionen es geben wird. Ich glaube, es wird so sicher so fünf bis sechs Missionen sicher auch wieder geben.